Ja, wir begrüßen heute hier Professor Werner von der Universität von Southampton. Schönen guten Tag. Das ist der erste Jahrestag der Vereinsgründung der Monetative in Deutschland. Heute die erste Jahresversammlung. Sie haben gerade Ihren Vortrag gehalten. Sind Sie überrascht von dem zahlreichen Erscheinen des Publikums, dass die Monetative doch Fortschritte macht in Ihrem Bekanntheitsgrad? Vielleicht nicht unbedingt überrascht. Ich bin ja ein Optimist, aber erfreut. Ich bin sehr erfreut, dass es wirklich ein sehr voller, großer Saal ist. Und das ist ja sehr schön. Ich habe mir schon gedacht, man hat es doch gemerkt im letzten Jahr, dass sich doch einiges tut in Deutschland auf dieser Ebene. Und das zeigt sich in großen Zahlen. Jetzt waren Sie lange in Japan, also ein richtig ausgewiesener Japan-Experte, als die japanische Krise in den 90er Jahren schon war. Da sind Sie bekannt geworden mit vielen Veröffentlichungen. Mittlerweile sind Sie nach Europa zurückgekehrt, lernen an der Universität von Southampton, wie gesagt. Ihre Lösungsvorschläge für diese Finanzkrise, die im Augenblick draußen tobt und die uns so umtreibt, wenn Sie die vielleicht in zwei, drei kurzen Sätzen nochmal dem Publikum hier sagen könnten. Ja, gerne. Die hatte ich natürlich, wie Sie auch angedeutet haben, in Japan schon formuliert. Und im Endeffekt, ich war zwölf Jahre in Japan, war sehr gut repräsentiert, auch in den Medien, in den großen Fernsehen, Zeitungen, regelmäßige Kolumnen, in den großen Zeitschriften, Bücher, Bestseller. Und trotz dessen konnte man nichts bewirken. Und das war zu frustrierend zum Schluss. Und deswegen ist natürlich Japan auch weiterhin in der Rezession. Wir sind jetzt im Prinzip im dritten Jahrzehnt der Rezession. Es wurden, das will ich eben betonen, meine Vorschläge nicht durchgeführt und daher auch die sehr lange Rezession. Tja, was ist das Problem, das wir in, sagen wir mal, Beispiel Irland, Spanien haben. Es ist das gleiche Problem wie in Japan. Es gab also eine Phase, das war in Japan in den 80er Jahren, wo die Banken sehr viel Kredit vergaben, das heißt also Kreditschöpfung, das ist Geldschöpfung, für spekulative Investitionen. Das treibt, weil es ja Geldschöpfung ist, wenn Banken Kredit vergeben, das treibt die Vermögenswertepreise hoch und dann haben wir eine Finanzblase. Das ist immer die gleiche Mechanik. Sobald die Kreditschöpfung für spekulative Transaktionen zurückgeht oder sogar negativ wird, dann platzt natürlich diese Blase. Das ist immer nicht nachhaltig. Man weiß ja immer 100% sicher, das führt zur Krise. Wenn es groß genug ist, das kann man dann recht schnell ausrechnen, dann haben wir eine Krise. Das Timing ist nicht ganz leicht, aber sobald die Kreditschöpfung dann zurückgeht, das ist die beste Methode, das zu verhersagen, denn dann geht natürlich dieser positive Zyklus ins Negative. Die Preise fallen. Die ersten Spekulanten, das sind die, die letzten, die am letzten dazugekommen sind, gehen bankrott. Die Banken haben jetzt schon mal ein paar notleidende Kredite, werden noch vorsichtiger. Die Kreditschöpfung geht weiter zurück. Finanzpreise daher fallen weiter ab. Mehr Bankrotte der Spekulanten. Banken mehr notleidende Kredite geben jetzt dann auch an die Realwirtschaft weniger Kredite aus und so weiter. So wird das Ganze natürlich dann zu einer Bankenkrise. Die Banken, wie bekannt ist, haben natürlich sehr wenig Kapitaleinlagen und daher brauchen wir nur eigentlich zwischen 5 und 10% Verlust der Aktiva der Banken und dann ist eine Bank bankrott. Es geht also sehr, sehr schnell. Tja, und jetzt ist die Frage, was macht man dann? Man kann das Ganze natürlich vermeiden, das ist noch am besten, indem man nämlich Kreditlenkung hat, weil der Bankkredit ja so wichtig ist, weil durch die Bankkreditschöpfung die ganze Geldmenge geschaffen wird und in Umlauf gebracht wird. Es ist natürlich ein völliger gesunder Menschenverstand, dass man sagt, wir müssen das lenken, wir müssen den schlechten Kredit stoppen, unterbinden und den guten Kredit fördern. Und das ist eben durch Kreditlenkung möglich, das wurde auch in der Vergangenheit durch Zentralbanken gemacht. Aber gut, wir sind jetzt in der Krise, es ist alles passiert und Banken sind bankrott, Kreditschöpfung ist negativ, wie in Japan viele Jahre, wie auch in Irland und Spanien und so weiter. Daher Rezession, dann schrumpft die Wirtschaft natürlich, Arbeitslosenzahlen steigen, in Spanien jetzt 25 Prozent, Jugendarbeitslosigkeit über 50 Prozent. Was tut man jetzt? Also das Kernproblem ist, dass wir jetzt keine Kreditschöpfung mehr haben, denn so wie das System aufgebaut wurde, wir brauchen Kreditschöpfung, um Wachstum zu haben. Denn was ist Wachstum? Wachstum ist mehr Transaktionen dieses Jahr als letztes Jahr. Das heißt, mehr Geld muss verwendet werden für Transaktionen dieses Jahr als letztes Jahr. Das geht in dem System, das wir haben, nur, indem mehr Geld geschöpft wird durch Banken, Bankkreditschöpfung. Die muss angekurbelt werden. Und das kann am schnellsten, und ich möchte mich auf die wichtigsten Punkte konzentrieren, es gibt noch viele andere Sachen, die man machen kann, aber das schnellste ist, wenn wir also das Problem der Notleidenden Kredite der Banken loswerden. Und das ist ja nur ein Buchhaltungsproblem, denn der ganze Bankkredit ist ja nur Buchhaltung. Die Banken haben jetzt auf der aktiven Seite ihrer Bilanz ein Loch und Kredite vergeben zu 100. Das kommt nicht mehr zurück, die sind nur noch 20 wert, sagen wir mal. Das macht die Banken bankrott, dann vergeben sie keine Kredite, daher die Rezession. Also, wie können wir das Problem lösen? Wir müssen das ausradieren, das Loch hier wieder 100 schreiben. Da würden sich die Buchhalter aufregen, ja, das geht doch so nicht. Okay, wir können das sogar unter der Einhaltung der Buchhaltungsregeln durchführen, sozusagen das ausradieren und wieder 100 schreiben, indem wir das Privileg der Zentralbank clever verwenden. Die Zentralbank geht hin und sagt zu den Banken, okay, wir kaufen euch jetzt die notleidenden Kredite ab, und zwar zum Buchwert von 100, da haben sie 100 ausgegeben, sodass die Banken natürlich sofort saniert sind. Das ist klar, die sind liquider denn jemals zuvor. Und das Problem ist erstmal gelöst. Man meint jetzt, aber jetzt haben wir ein neues Problem geschaffen, nämlich die Zentralbank ist jetzt bankrott oder die Zentralbank hat riesen Verluste. Dabei stimmt das natürlich nicht. Die Zentralbank macht Gewinne. Denn wenn wir, es sieht zwar, also man kann es schon als Verlust darstellen, wenn man will, also die kauft dafür 100, etwas, dass das nur 20 wert ist, also Verlust von 80. So sieht es aus. Buchhaltung soll aber die Realität möglichst genau darstellen. Und das ist bei Zentralbanken ganz interessant, denn Zentralbanken sind ja nicht jedermann. Die haben ja bestimmte Macht und Lizenzen, zum Beispiel der Geldschöpfung und auch der kreativen Buchhaltung. Also was die Zentralbank tatsächlich erwirtschaftet, ist ein Gewinn von 20. Denn die Kosten, um diese Werte, die 20 wert sind, zu erhalten, sind null. Und sie hat jetzt etwas, das 20 wert sind. Das müsste man eigentlich darstellen. Man kann es buchhalterisch auch machen. Das wird, Zentralbanken haben das ja gemacht, was ich hier vorschlage. Das ist bekannte Praxis der Zentralbanken. Wenn sie nicht wollen, dass eine Bankenkrise zur Rezession führt, dann wird das gemacht. Und das sollte man natürlich in Japan, hätte man das machen sollen. Man kann es immer noch machen. Das kann man genauso jetzt in Spanien, Irland und so weiter durchführen. Nur, das alleine reicht noch nicht. Und das sehen wir auch in Japan. Da sind die Banken jetzt wieder okay, nach 20 Jahren langsamer Sanierung, kostspielige Sanierung für den Steuerzahler mit Steuergeldern. Völliger Irrsinn. Man kann es durch die Zentralbank umsonst machen. Keine Kosten für den Steuerzahler. Aber selbst dann vergeben die Banken noch keine Kredite. Die sind einfach noch so geschockt. Das war wirklich ein Trauma. Und die sind halt sehr risikoavers, wollen keine Kredite vergeben. Da brauchen wir jetzt noch die zweite Methode. So können wir sofort die Kreditschöpfung ankurbeln und gleichzeitig noch ein anderes Problem lösen. Denn leider wurde mein Vorschlag ja nicht durchgeführt. Wir haben also jetzt sehr viele Staatsschulden in Japan. 200 so und so viel Prozent von BIP sind Schulden. Und in Griechenland, Irland, Spanien haben wir auch sehr, sehr viele Staatsschulden, sodass sich die Staaten kaum mehr finanzieren können in den Anleihenmärkten. Das ist also noch ein anderes Problem, diese Fiskalschulden. Das Problem können wir damit auch gleichzeitig lösen. Und hier ist meine Empfehlung, also war es auch schon seit den frühen 90ern in Japan. Die Staaten sollen doch gar keine Anleihen ausgeben. Warum überhaupt Staatsanleihen ausgeben und sich von der Wirtschaft Geld holen, von denen, die gar kein Geld schaffen können. Die Staaten sollen sich doch das Geld von den Schöpfern des Geldes holen. Das sind die Banken. Also die spanische Regierung soll sich die Finanzierung ihrer Ausgaben und eigentlich sind das Rollover der alten Schulden ja hauptsächlich. Das sollte durch Kreditaufnahme von den spanischen Banken stattfinden. Man kann das ganz fair verteilen, da kriegt jeder was ab. Das ist freiwillig. Die wollen da mitspielen, denn das ist ja der beste Kunde der Staat. Man braucht keine Basel-Kapital-Zugaben dafür, denn das Risikogewichtung ist ja null. Die können also aus null die Kreditschöpfung durchführen, das Geld dem Staat geben. Das ist dann auch Fiskalausgaben, die sofort die Wirtschaft ankurbeln werden. Sofort hätten wir drei, vier, fünf Prozent Kreditschöpfung und einen Aufschwung und die Rezession ist beendet. Interessant ist jetzt, ich habe diese Vorschläge, insbesondere diesen zweiten, schon länger auch in Brüssel vorgetragen, sogar bei einem großen Meeting, wo alle Repräsentanten von allen Finanzministerien in der ganzen EU waren da. Das war ein Riesending. Und das sind so Mid-Level, High-Level Officials, also nicht der Finanzminister, aber Finanzministeriumsleute. Staatssekretär. Ja, also eine ganze Reihe. Und auch in der EZB habe ich das vorgetragen, auch relativ hoher, da war sogar ein Deputy Governor von der Zentralbank dabei und auch so vor 50 Leuten. Das EU-Meeting war noch viel größer. Jedenfalls habe ich gemerkt, insbesondere bei EZB haben die das, glaube ich, schon verstanden, was ich da gesagt habe. In Brüssel bin ich mir nicht ganz so sicher, aber die haben das, glaube ich, schon verstanden, aber man war nicht daran interessiert. Und das hat mich sehr stutzig gemacht. Denn ich war anfangs doch sehr optimistisch, wenn die eine Lösung hören, die kostet nichts. Man kann damit viele Probleme gleichzeitig lösen. Das Problem, dass Spanien keine Staatsausgaben oder sehr hohe Zinsen zahlen muss für ihre Staatsanleihen, die da ausgegeben werden, dass die Spekulanten den Zins so hoch treiben, dass die Banken ins Wanken kommen. Banken kaufen teilweise zwar auch diese Staatsanleihen, aber die müssen dann zum Marktpreis gewertet werden. Moody's macht ein Downgrading, dann wackeln die Banken wieder, dann wackelt der Staat wieder. So ist das diese Spirale. Und da kann man mit meinem Vorschlag durchbrechen. Das ist dann egal, was Moody's sagt. Denn der Bankkredit an eine Regierung, der ist nicht handelbar. Spekulanten können nicht angreifen. Und der Zins ist viel niedriger. Ich meine, das allein sollte ja schon ein ökonomischer Grund sein, warum Regierungen nicht Staatsanleihen ausgeben, sondern sie lieber das Geld von den eigenen Banken durch Bankkredit holen, Kreditverträge. Weil der Bankkreditzins ja viel, viel niedriger ist als der Staatsanleihenzins. Warum? Die Spekulanten haben den natürlich hochgetrieben. Mit Krediten, die nicht handelbar sind, da können die nichts machen. Also es löst sehr, sehr viele Probleme. Und die Banken müssen den auch nicht zum Marktwert bewerten. Und können aber gleichzeitig von der EZB den als Sicherheit verwenden. Also es ist ein No-Brainer, wie man sagt. Aber man war nicht interessiert. Und das ist noch ein interessanter Punkt. Vielleicht kommt man darauf. Also warum will man eigentlich diese Krise nicht beenden? Aber bitte. Ja, ich habe sie jetzt absichtlich nicht unterbrochen, weil das sollte man am Stück hören, weil es muss auf dem Zusammenhang erstmal erklärt werden. Sonst geht ja die Quintessenz verloren. Jetzt habe ich natürlich x Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die erste wäre, historisch ist das Geldschöpfungsprivileg einfach gewachsen. Es ist eigentlich in der Hand von Partikularinteressen schon immer gewesen, wenn man es historisch betrachtet. Das könnte vielleicht einer der Gründe sein, warum es nicht gewollt ist, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben. Aber ich möchte nochmal ganz vorne an der Geschichte anfangen, nämlich in Japan, als es dort losging. Japan hat eigentlich alles richtig gemacht bis in die 80er Jahre. Hat die Kreditvergabe eigentlich zielgerichtet in Industriepolitik und in die Realwirtschaft gemacht. Ich kann mich erinnern, dass es damals ein Abkommen gegeben hat mit den Amerikanern 1985 das Blaseabkommen, wo sie zur Aufwertung gezwungen wurden. Man kann es so sagen, glaube ich. Wann ging es los, dass die japanischen Banken ihr wohlfeiles Konzept verändert haben und die Kreditvergabe nicht mehr in die Realwirtschaft, sondern dann zu Konsumtiven oder in die Vermögenspreise gegeben haben. Wieso ist das geschehen? Das Datum ist 1982. Was ist da passiert? Da hat die Zentralbank was gemacht. Da hat die Zentralbank Veröffentlichungen rausgegeben, in denen sie gesagt hat, diese Kreditlenkung, Madoguchi, Shido, Kreditlenkung, Widow Guidance auf Englisch, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen das dem Markt überlassen, weil der freie Markt ist ja so super effizient, nicht. Was der Markt macht, ist immer super. Also, überlassen wir das dem Markt. Und daher hören wir auch öfters die Story, ja, die Zentralbank kann ja nichts dafür. Gut, die haben halt da falsch dereguliert und die Banken sind dann ganz amok gelaufen und haben hier Wildkredite an Spekulanten vergeben, die Blase ist entstanden, während die arme Zentralbank, die haben gewarnt und konnten das dann nicht mehr stoppen. Das stimmt nicht. Das stimmt alles nicht. Ich habe da also detaillierte Studien durchgeführt, ich habe sehr viele Zentralbanker interviewt, auch also aufgenommen, tape-recorded, Banker interviewt, Daten erhalten, Zahlen, also sehr viele Belege, das ist alles in Princes of the Yen, dargestellt, auch teilweise in Neue Wirtschaftspolitik, im Wahlen Verlag, in meinem Buch. Die Schlussfolgerung ist, die Bank von Japan hat zwar gesagt, wir schaffen diese Kreditlenkung ab, hat sie aber weiter durchgeführt und zwar strenger denn je. Die haben also weiter die Quoten gesetzt für Bankkreditschöpfung, jedes Quartal, wie viel die Bankenkredite vergeben müssen und haben weiter auch Monitoring gemacht, genau beobachtet, wer erhält Geld für welche Transaktionen. Tja, wie konnte dann die Blase entstehen? Was nicht gewirkt hat, oder? Gar nicht, gar nicht. Das ist ein effektives Instrument, das funktioniert immer. Ich würde vielleicht jetzt ganz frei zitieren, die tatsächlichen Wortlaut, verbatigen Zitate sind in meinen Büchern, aber was da Zentralbänke mir gesagt haben, zum Beispiel einer der Leute, die haben also diese Kreditlenkung umgesetzt. Oder vielleicht anders aufgerollt, ist es noch besser. Ich habe ja auch Bankangestellte gefragt, in den Branches der Banken und die haben in 80 Jahren Kredite vergeben, ganz massiv spekulative Kredite und die haben gesagt, ja, wir haben sehr viele spekulative Kredite vergeben an Spekulanten, das war wirklich nur hier so, wir hatten denen schon die ganzen Projekte gezeigt, haben sie das Land hier drüben, hier ist die Kalkulation, bitte nehmen sie Kredit von uns, wir haben das denen richtig angedreht. Ja, warum haben sie das gemacht, habe ich gefragt, ja, das war schlimm, nicht? Also, das war eigentlich sehr gefährlich, dessen waren wir uns bewusst. Ja, warum? Ja, ich hatte eine Quote von meinem Chef, die musste ich erfüllen, ich musste jedes Quartal so und so viel die Kredite erhöhen. Und uns wurde gesagt, ja, macht mal hier Spekulationskredit im Immobilienbereich. Dann habe ich mit den Chefs geredet, den Branch Managers der Banken. Und die haben auch gesagt, ja, das war eine schlimme Zeit, die 80er Jahre, wir haben also den Kunden das Geld nachgeworfen, wir haben ja massiv hier Immobilienkredite vergeben, also völlig außer Rand und Band war das. Ja, warum haben sie das gemacht? Ja, ich habe natürlich keine Wahl, nicht? Ich musste ja Quoten erfüllen. Sie mussten Quoten erfüllen von wem? Ja, von der Zentrale der Bank. Die haben ja jedes Quartal eine Quote gegeben, ich musste diese spekulativen Kredite massiv erhöhen. Dann bin ich zur Zentrale oder zu den Leuten, die damals in der Zentrale waren, das ist die strategische Abteilung, Planungsabteilung der Banken. Und die Leute, die in den 80er Jahren zur Blase, Zeit der Blase, diese Funktion erfüllen, die Planungen, Chef sogar, einer als Chef dieses Planungsabteilung, gleiche Geschichte. Man hat auch gesagt, ja, das war eine verrückte Zeit, wir haben Kredite vergeben an die Spekulanten, wie wild. Es war so gefährlich, wir haben ja praktisch den Bubble erzeugt da. Ja, warum haben sie das gemacht? Ja, ich musste ja Quoten erfüllen. Ich musste jedes Quartal, musste ich das Zeug erhöhen. Ja, wo kommt denn die Quote her? Ja, von der Bank von Japan. Window Guidance. Das ist Madu Uchishido. Und dann bin ich zur Bank von Japan und habe die Leute gefragt, die das tatsächlich in den 80er Jahren gemacht haben. Das steht alles in Princess of the Yen drin, auch mit ganz tollen Zitaten, nicht was? Also Revolver-Stories. Sagt auch die Zentralbankleute, sagen, ja, die 80er, das war ganz schlimm. Also wir haben den Banken ja ganz hohe Quoten gegeben, hier diese Immobilienkredite zu erhöhen. Damit haben wir die Blase geschaffen. Und damit haben wir das Banksystem bankrotiert. Ja, warum haben sie das gemacht? Habe ich gefragt. Ja, ich musste ja Quoten erfüllen. Moment mal, sie sind noch bei der Zentralbank. Setzen Sie nicht die Quoten. Ja, das macht der Chef. Ja, wer ist der Chef? Der war damals Chef der Abteilung für Banken, Banking Department der Bank von Japan. Das war ein Herr Fukui. Und dieser Herr Fukui, das haben mir damals auch die Bankers schon gesagt, der wird mal Gouverneur der Zentralbank werden, Zentralbankpräsident. Und zwar stand genau fest, wann? So 2000 und so und so viel. Moment mal. Sie meinen, das ist schon Jahrzehnte vorher steht das fest? Ja, ja, das steht schon seit den, ich weiß nicht, 70er Jahren fest, dass der, da war er 30 Jahre alt, der wird 30 Jahre später oder mehr, der wird der Zentralbankchef. Deswegen ist er einer der Prinzen, da er der Titel des Buches ist. Die wurden also sehr früh ausgewählt und die kamen in diese wichtigsten Jobs, natürlich nicht per Zufall und das sind die designierten zukünftigen Zentralbankchefs. Und er wurde belohnt, er hat also das Programm durchgeführt, die Kredite für Spekulanten massiv auszuweiten. Er wurde dann in den 90ern, als die Bank von Japan diese Kreditschwumpfung durchgeführt hat und auch nichts getan hat, um das Problem zu lösen, hätte es ja kostenfrei machen können, wie ich gerade erwähnt habe. Das haben sie also nicht gemacht. Da war er Deputy Governor und muss noch ein paar Jahre absitzen, dann durfte er dann Governor werden, 2003 bis 2000, bis vor kurzem 2008, glaube ich, nicht? Wurde also eine gute Karriere gemacht, das ist alles gut umgesetzt. Und das ist eine Tatsache. Also das System der Kreditlenkung funktioniert so gut, man kann es für gute Sachen einsetzen, wo wir also Wachstum ohne Inflation haben und Vollbeschäftigung und keine Zyklen, das ist möglich. Und man kann es einsetzen, um Wirtschaftszyklen zu erzeugen und Bankenkrisen und lange Rezessionen, die 20 Jahre lang anhalten. Die Bank von Japan hat natürlich auch das Rätsel geklärt, gelöst, warum sie das gemacht hat. Das steht also auch in Princess of the Yen drin. Es gibt also sehr viele Zitate, wo gesagt wurde, offiziell in Dokumenten der Zentralbank, wir wollen ja keinen Wirtschaftsaufschwung, denn wir wollen die Wirtschaftsstruktur von Japan grundlegend ändern. Die wollten das effiziente japanische System zerstören, um eine sogenannte freie Marktwirtschaft einzuführen. Und ich habe mir auch ein bisschen die Hintergründe angeschaut. Also die Bank von Japan setzt da also hauptsächlich die Politik der Federal Reserve um. Also amerikanische Interessen, die haben Plaza erwähnt, sind da ganz klar im Hintergrund. Die Bank von Japan ist eigentlich die Federal Reserve Bank of Tokyo im amerikanischen System und denen wurde nicht erlaubt, jetzt also lange die Rezession zu beenden. Denn nur durch eine Krise können wir ja politische Ziele erreichen, wie zum Beispiel die Wirtschaft von Japan dramatisch umzukrempeln und eine Wirtschaft einzuführen, die viel mehr Ungleichheit kraft und weniger effizienter ist und daher natürlich dann auch die Exporte in Japan zurückschrauben. Das machen wir jetzt ein bisschen positiv, was die Länge der Krise angeht, denn Japan hat jetzt sogar Handelsbilanzdefizite. Vielleicht wird Amerika langsam den Druck aufgeben und vielleicht darf die Bank von Japan doch mal ein bisschen Kritikschöpfung zulassen, sodass die Arbeitslosenzahlen vielleicht doch mal ein bisschen zurückgehen in Japan. Das war jetzt wirklich hochinteressant, interessant, weil wir eigentlich immer der Meinung sind, die die expansive Kreditvergabe kommt von den Privatbanken, also in den westlichen Staaten, England, USA typischerweise. Aber hier ist es wahrscheinlich die Ausübung von Machtinteressen, muss man sagen, der fällt eingewirkt auf Japan, um die Struktur, wie Sie gesagt haben, der japanischen Wirtschaft verändern, sie eigentlich mehr konform machen mit dem angelsächsischen Wirtschaftsmodell. So kann mal die Summe ziehen, ungefähr. Ja, genau. Es ist natürlich schon richtig, auch zu sagen, es ist die Bankkreditschöpfung, also die Banken, denn die Bank von Japan koordiniert ja nur durch die Kreditschöpfung, die Kreditschöpfung der Banken. Also die Kreditschöpfung findet, wie bei uns auch, durchs Banksystem statt, aber die Zentralbank koordiniert das direkt durch die Kreditschöpfung. Und das kann man, wie gesagt, für gute Zwecke machen. So hat natürlich dann auch zu Japan seinen Wirtschaftserfolg davor geschaffen, sowohl Japan als auch Korea und Taiwan und China, die haben alle Kreditlenkung als Kernpolitik ihrer Entwicklungspolitik gehabt. China weiterhin, sie war offiziell. Und es ist schon die Bankkreditschöpfung, aber sie ist koordiniert. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Einzigartige am japanischen Modell und deswegen habe ich Sie auch so lange daran gefragt, weil Sie... Einzigartig, denn alle Zentralen der ganzen Welt haben das durchgeführt, zu bestimmten Zeitpunkten. Die Bundesbank ist die Einzige, die das nicht gemacht hat. Aber sonst alle, auch unsere Nachbarn in Österreich, Frankreich bis in die 80er-Jahre. Also Kreditlenkung ist weit bekannt. Fair Reserve, das selbst auch durchgeführt. Das geht noch ein paar Jahrzehnte. Da möchte ich ganz kurz nachhaken, weil wir haben ja uns in Göttingen schon kennengelernt bei der Real Economics, bei der Ergänzungsveranstaltung zum Verein für Sozialpolitik. Und da hatte ich die Gelegenheit, mit Ihnen privat zu sprechen. Und Sie haben gesagt, die Bundesbank hätte die Geld- und Kreditschöpfung auch immer mit Auflagen verbunden oder zumindest überwacht, dass Sie in der Realwirtschaft gegangen sind, in Deutschland. Noch ganz kurz. Ich wollte ein bisschen pläzisieren. Das ist ein altes Prinzip in Deutschland. Das wurde eigentlich von der Reichsbank und davor eigentlich von den deutschen Banken immer betont. Das musste keiner dem anderen erklären. Das war im Banksektor, war das allen bekannt. Das war der Realkredit. Der Realkredit ist sicher, hat wenige Risiken, heute würde ich sagen, wenige systemische Risiken. Das haben die gemeint. Und ist auch im Einzelfall auch sicherer. Und so kann man ein stabiles System bauen. Das wussten die Banker, das wusste die Reichsbank. Und die Bundesbank hat dieses Wissen fortgesetzt und umgesetzt. Allerdings unter Anfechtung ständig der Ökonomie. Besonders in der Nachkriegszeit mit der Neoklassik. Das ist, wenn man das aus neoklassischer Sicht sieht, dann ist das Blödsinn. Neoklassiker können sich das in den Modellen nicht vorstellen, warum das stimmen kann. Das stimmt aber in der Realität. Es ist ja nur die Neoklassik, die realitätsfremd ist. Aber die Bundesbank hat es sozusagen nur unter Anfechtung unterm Tisch weiter betont, weil das einfach noch das alte Wissen war. Das hat sich sehr, sehr verbessert dann über die Jahrzehnte. Sie ist ja dadurch auch dann in die überlegene Position in Europa gekommen, dass sie, nachdem Bretton Woods untergegangen war, ja praktisch die Zinssätze für Europa definieren konnte. Durch diese Art und Weise auch ihrer Politik, nach meiner Meinung. Ich möchte jetzt springen zur Gründung der Europäischen Währungsunion. Da hat man ja am Anfang gesagt, wenn uns Deutschen die Währungsunion so verkauft, die EZB würde nach den Maßgaben der Bundesbank organisiert werden. Jetzt erleben wir gerade in diesen Tagen oder in den letzten sechs Monaten, dass davon ja nichts mehr übrig geblieben ist. Ist das eigentlich ein versteckter Weg gewesen, um auch hier in einer europäischen Zentralbank das gleiche zu machen, was in Japan so und so viele Jahrzehnte vorher stattgefunden hat, nämlich auch auf angelsächsische Banksystematik umzustellen? Es sieht fast so aus, würde ich sagen. Aber eins würde ich anders formulieren. Und zwar, es wurde uns zwar das so verkauft, genau wie Sie das gesagt haben, dass die EZB sozusagen die Fortführung der Bundesbank ist, ist ja auch in Frankfurt und da wurde immer davon gesprochen, die Deutschen haben da so viel Einfluss in der EZB und so weiter. Dabei, ich hatte es damals, ich habe das ja 2003 schon veröffentlicht in Princes of the Yen, da ist ein ganzes Kapitel drin über Europa und über die EZB und da hatte ich die schon entlarvt, die EZB, nicht als Fortführung der Bundesbank, sondern als Abschaffung der Bundesbank und wieder auferstehen der Katastrophe, die es vorher gab als Zentralbank, nämlich der Reichsbank. Die Bundesbank war tatsächlich meiner Ansicht nach eine der besten, vielleicht die beste Zentralbank in der Geschichte, wenn man es historisch anschaut und international vergleicht. Also sicherlich eine der besten, wenn nicht sogar die besten. Wie konnte das sein, dass die so gut war? Wenn wir den Vorgänger anschauen, Reichsbank, die war katastrophal, erst in den 1880er Jahren, ein Boom-Bust-Cycle, klassisch, wie wir das von anderen Zentralbanken heutzutage kennen, dann Hyperinflation, dann sehr strenge Kreditallokationen und Probleme in den 20er Jahren und dann natürlich Politik, die im Endeffekt das deutsche Banksystem bankrotiert hat, dadurch, dass die Dollareinlagen so forciert wurden, dass die so groß waren und dann die wurden dann abgezogen, dann war das deutsche Banksystem auch bankrott. Das war alles Reichsbankpolitik, die nicht nötig war. Die haben da in Deutschland gemacht, was sie dann 1997 in Thailand gemacht haben, diese Asienkrise. Und dann hat sie de facto als Resultat im Prinzip Hitler an die Macht gebracht. Und die gleichen Banker haben ja auch weiter Karriere gemacht, wie Schacht zum Beispiel. Also sicherlich keine gute Zentralbank, egal wie man das anschaut. Während die Bundesbank ja so eine sehr gute Zentralbank ist. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Reichsbank und der Bundesbank? Und das kann man sich rechtlich ganz gut anschauen. Das ist tatsächlich der Status der Zentralbank. Die Bundesbank war unabhängig von der Regierung in vieler Hinsicht, ja, das ist das Bekannte, das ist das Bekannte. Aber sie war nicht unabhängig vom Bundestag. Auf keinen Fall. Sie war eingebunden, sie war weisungspflichtig, sie war Teil des deutschen Rechtssystems, der Demokratie. Wenn der Bundestag ein Gesetz macht über die Bundesbank, dann musste die Bundesbank das befolgen. So wurde es ja auch gemacht. Das war die gute Bundesbank. Die Reichsbank war unabhängig von der Regierung und unabhängig von jeglicher demokratischer Repräsentation in Deutschland. Da darf ich ganz kurz... ...de deutsche Instanz, die Einfluss drauf haben konnte. Es gab Instanzen im Ausland. Aber die wurde erst privat 1923 auf alliierten Druck. 1924 wurde sie völlig unabhängig von deutschen Instanzen. Und zwar nicht nur der Regierung, sondern auch vom Reichstag. Sie war also mehr als die Wehrmacht, da spricht man immer von der Wehrmacht, Staat im Staat. Der größere Staat im Staat, der Mächterregel, war die Reichsbank. Sie war nur abhängig vom Reparationskomitee im Ausland. Und ich habe es in 2003 auf die Jähne schon gewahrt. Wir haben uns die Reichsbank wieder auferstehen lassen. Diese Zentralbank ist zu unabhängig. Die EZB ist so unabhängig wie die Reichsbank. Es wird zu massiven Kreditblasen und Bankenkrisen kommen. Denn das ist die Lehre der Geschichte. Wer wird die Zentralbank so unabhängig machen, das ist absolute Macht, die absolut korrumpiert. Und die führt dazu, dass die Macht maximiert ausgespielt wird. Und das geht bei Zentralbanken. Nur durch was? Durch die Schaffung von stabilem Wachstum. Jedes Jahr 3% Wachstum, 1% Inflation. Maximiert das die Macht der Zentralbank? Überhaupt nicht. Die Zentralbank stellt in der Straße rum und sagt, na, Otto, was wird nächstes Jahr passieren? Ich weiß es ja, 3% Wachstum, 1% Inflation. Der weiß genauso viel wie der Zentralbankchef. Die Macht wird maximiert durch Zyklen. Boom und Bass Zyklen. Da kann man dann auch politisch ins Geschehen eingreifen. Ich finde, das haben Sie sehr gut definiert. Ich möchte jetzt den Bogen schlagen zur Monetative und zu Professor Huber, der ja die Monetative als eine vierte Staatsgewalt etablieren möchte. Das würde ja dem entsprechen, was Sie sagen, dass die Bundesbank eigentlich so ein Vorläufer von so einer vierten Gewalt gewesen sein kann. Wir können das fast so interpretieren. Jetzt ist natürlich, wie Sie schon vorhin draußen gesagt haben, der Zug fährt im Augenblick nicht in diese Richtung ab, so direkt. Wie schaffen wir das, dass wir diese scheinbar positive, unabhängige Position der EZB, die aber eigentlich doch nur nach meiner Meinung eine Erfüllungsgehilfe der Kreditschöpfung der Privatbanken ist, weil Sie, das tut ja seit 2007, praktisch unlimited Geld zur Verfügung stellen. Früher gab es mal Tender, da wurde drum versteigert. Das ist auch aufgegeben worden. Sie kann eigentlich nur noch aus Gründen der Finanzstabilität Erfüllungsgehilfe der Privatbanken sein, die das Geldschöpfungsmonopol haben. Sie waren zusammen mit Herrn Asmussen bei den Grünen bei der Hans-Böckler-Stiftung. Ich habe mir das YouTube-Video angeschaut. Es ging da genau um diese Frage der Rolle der EZB. Sie haben Ihre Position vorgetragen, wie hier. Er hat darauf geantwortet, Sie give no free lunch. Und Gerhard Schick hat eigentlich immer an den entscheidenden Punkten die Diskussion abgewirkt. Also da haben Sie auch wieder merken müssen, wie wir am Anfang, wie Sie gesagt haben, die EZB hat mit dieser Argumentation kein Interesse daran, als Notenbank die Funktion einer monetativen, einer vierten Gewalt auszuüben. Die EZB, wenn wir uns den Maastricht-Vertrag anschauen, wo die EZB geschaffen wurde, seit 1991, 1992 nicht, wurden die Dinge unterschrieben, dann wirksam 1993, und sehr clever immer zehn Jahre im Voraus, dann ist denen das egal nicht, was in zehn Jahren passiert. Da steht eigentlich alles drin, dass diese extrem unabhängige, mächtige Macht hier geschaffen wird, ein Staat im Staat. Das ist so wie ESM, da wird das weitergeführt. Die haben Diplomatenpässe, die können nicht von der Polizei verhaftet werden, die können tun, was sie wollen. Die stehen über dem Gesetz, über den Staaten, über den Demokratien. Aber sie sind eben Teil, und das wird ja im Maastricht-Vertrag erklärt, dieses neuen Europas. Was ist das? Ja, also es wird ja offen jetzt von den Befürwortern so genannt, Vereinigte Staaten von Europa, ein europäischer Staat, der natürlich nicht die Grundzüge der Demokratie hat, um das Gelinde auszudrücken. Und da ist die Zentralbank die wichtigste Macht, die natürlich auch diesen Staat einführen will. Und das geht nicht ohne Krise. Und das hat sehr, sehr effizient gemacht, nicht mit der Krise, also Irland, Spanien, Griechenland, Portugal, diese Kreditblasen. Und was dann kommt, das ist natürlich offensichtlich. Ich habe ja auch gewarnt, ich habe auch mal den Herrn Trichet in Damos darauf angesprochen, der Woche ist in Deutschland der Kredithahn zugedreht. Und im Süden geöffnet. Ich habe gesagt, ja, warum kann es so eine Kreditschöpfungspolitik? Seine Antwort war, Kreditschöpfung? Ich weiß nicht, von was Sie reden. Wir machen Geldpolitik durch den Zins. Man hört ja gerade, in der Eurozone, das Paradebeispiel, der Paradebeweis, dass der Zins ja nicht wichtig sein kann. Denn der Zins war ja der gleiche in ganz Europa. Da hat man nichts gesehen. Schauen wir die Kreditmenge an, dann sehen wir Boom und Bust in diesen verschiedenen Ländern ganz verschieden. Also die Kreditmenge hat das immer erklärt, der Zins nie. Herr Professor Werner, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, wo sind die Schnittmengen von Ihren Vorstellungen, also wie wir diese Finanzstabilität herstellen können, zum Vollgeld und zu diesen Anliegen des Vereins Monetativ e.V. Wo sind die ganz konkreten Schnittmengen? Also ein System, wo das Geld vom Staat ausgegeben wird, das ist ja auch, was die Mehrheit der Bevölkerung glaubt, dass wir schon haben, ist natürlich ökonomisch das effizienteste System. Und das auch politisch in einer Demokratie am klarsten erklärbare und vereinbare, mit Demokratie vereinbare war es das System. Daher wäre es natürlich besser, wenn wir also, ich nenne es Staatsgeld oder Vollgeld haben, das Geld wird vom Staat ausgegeben. Und der muss sich dann nicht durch Schulden Geld ausleihen, wenn man es richtig macht. Es ist natürlich möglich, dass immer noch Ausleihungen nötig sind, aber wenn man es richtig macht, ist meiner Ansicht nach nach ein paar Jahren möglich, dass der Staat schuldenfrei wird und das Wirtschaftswachstum ist mit Kreditschöpfung gekoppelt, produktiv, die durch den Staat geleistet wird, sodass keine Schulden, da sind natürlich auch keine Zinszahlungen. Und Zinszahlungen sind immer von den vielen an die wenigen. Das wird also immer die Ungleichheit erhöhen und das braucht man nicht. Und mit so einem System, wenn man es dann richtig lenkt auch, diese Vergabe, die muss dann gelenkt werden, da sehen wir dann sofort die Notwendigkeit der Kreditlenkung oder Geldlenkung, Geldschöpfungslenkung. Wenn man das richtig macht, produktiv, dann haben wir eben stabiles Wachstum ohne Krisen und sind relativ schuldenfrei. Das ist also möglich und wir sollten dafür kämpfen, das durchzuführen. Ich sehe natürlich politisch sehr viel Widerstand, aber es ist etwas, das auch mehr Leute erfahren sollten. Ich würde vielleicht, wenn ich Dokumente der Monetive ansehe, nur einfach bei zwei Punkten das vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Zentralbanken sind eben auch gefährliche Spieler. Nicht immer, es gibt gute wie die Bundesbank, aber meistens sind sie leider sehr gefährliche politische Spieler. Daher, wenn wir denen auf einmal jetzt viel Macht geben, dann müssen wir natürlich die Mechanismen einbauen, dass diese Macht auch kontrolliert wird, eingedämmt wird, demokratischen Institutionen rechenschaftspflichtig ist. Das ist da wichtig und ich glaube, dass wir natürlich alle zustimmen. Der andere Punkt ist, in unserem jetzigen System kann sich in Deutschland auch ein paar positive sein. Wir haben also private Geldschöpfung durch die Banken, aber dadurch, dass wir aus historischen Gründen sehr früh kleine Lokalbanken geschaffen haben, die nicht mal profitorientiert sind, genossenschaftliche und öffentlich-rechtliche, die Sparkassen und die Volksbanken, haben wir eigentlich schon in Deutschland viel mehr als in anderen Ländern dieses Geldschöpfungsmonopol oder diese Macht uns von den Großbanken geholt. Und die ist jetzt auf lokaler Ebene, wo sie dadurch, dass es nicht durch Dividenden an Anteilshaber ausgezahlt wird, einfach auch auf lokaler Ebene bleibt, sodass wir in gewisser Weise mehr als andere Länder Lokalwährungen haben. Aber das erklärt natürlich auch gleichzeitig, warum ja die Sparkassen und Volksbanken auch sehr unter Druck stehen. Von Brüssel, von der Kommission. Von London, von den Großbanken. Und daher würde ich da sagen, solange wir noch nicht das Vollgeld haben, sollten wir auch in der Monetative sozusagen die guten Banken, die wir ja in Deutschland haben, mehr als in anderen Ländern. In England gibt es das gar nicht. Und da sieht man das krasse Gegenbeispiel. Und dann weiß man, wie gut wir es haben mit unseren Volksbanken und Sparkassen. Sollten wir sozusagen auch pflegen und vielleicht auch mit denen zusammenarbeiten. Denn solange wir jetzt noch das gegenwärtige System haben, können wir doch mehr rausholen für die Bevölkerung, wenn wir das durch ein gut funktionierendes Volksbanken-Sparkassensystem machen. Das ist wunderbar formuliert. Würde ich vollkommen unterschreiben. Jetzt habe ich noch, mir ist noch eine Frage eingefallen, die ich noch stellen möchte. Das ist diese These von Bindzwanger, dass wir einen Wachstumszwang haben durch die Geldschöpfung an sich. Und nachher haben wir ja auch noch einen Vortragenden, der in eine Postwachstumsgesellschaft überführen wird. Sie haben es in Ihrem Vortrag eben noch alle erwähnt, dass Sie hier sagen, das Wachstum, das wäre sowieso eine Illusion. Könnten Sie das nochmal ganz kurz erklären, diesen Punkt? Weil das wird ja nachher nochmal Gegenstand in der Podiumsdiskussion sein. Also da sind die Debatten, glaube ich, etwas teilweise verwirrend, weil die Realität, also ist die Frage, sprechen wir innerhalb der Definition, die halt üblich sind, oder wollen wir das jetzt wissenschaftlich angehen? Also wenn ich vom Wachstum rede und davon, dass wir stabiles Wachstum haben können, dann meine ich natürlich auch immer nachhaltiges Wachstum, denn das kann man durch Kreditlenkung ja so hindrehen, dass besonders nachhaltige Projekte, umweltfreundliche Projekte gefördert werden und andere eben nicht. Das ist ja eben das Schöne an der Kreditlenkung, dass wir damit die ganze Wirtschaft nachhaltig umkrempeln können. Aber streng genommen, wenn wir uns das Wachstum anschauen, manche sprechen davon, dass wir jetzt, wir müssen null Wachstum haben. Ich würde antworten, wir haben ja eh schon null Wachstum, wenn wir das richtig rechnen. Denn das Wachstum, das uns vorgerechnet wird durch die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, ist ja nur ein Scheinwachstum, wo die Positiven aufaddiert werden und die Negativen kommen nicht rein, die werden nicht abgezogen. Wir bauen ja ab an Substanz, wir verbrauchen, wir beschädigen, wir haben viele Negative, die sind nicht im BIP drinnen. Aber was wir da als Mehrwert uns definiert haben, das tun wir rein und dann kriegen wir Wachstum. Also in diesem Sinne, und dieses Wachstum, also vielleicht auch auf den Punkt des Wachstumszwangs zurückzukommen, dass dieses sogenannte Wachstum, das wir haben, da glaube ich besteht schon Zwang durch unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem, hauptsächlich durch den Zins. Denn der schafft bei der Ansicht nach diesem Wachstumszwang, um den Zins zu gerechtfertigen, brauchen wir die Illusion dieses Wachstums. Denn sonst wird es sehr schnell offensichtlich, dass der Zins nicht gerechtfertigt werden kann. An diesem interessanten Punkt möchte ich schließen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.